Wissen ist Macht, sagt man. Hier bedeutet das Macht über die eigene Anlage. Die Möglichkeit, Daten- und Energieströme zu überwachen, die Möglichkeit, die Effizienz zu erhöhen und Energie zu sparen. Jedes kleinste Teil einer Anlage produziert solche Daten. Mehr als je zuvor. Jede Minute, jede Sekunde entstehen Daten, die sehr wertvoll sein können. Wenn man sie erfassen könnte, ordnen, anschaulich darstellen und auswerten, anstatt sie ungenutzt verkümmern zu lassen. Das war noch nie so einfach. Einfach wäre, alle Daten über Energieverbräuche automatisch zu sammeln. Nicht nur von Siemens-Geräten, auch von anderen Herstellern. Eine Integration ins TIA-Portal und die Automatisierung. Energiedaten in Verbindung mit Produktionsdaten, die direkt auf Panels oder in WinCC zur Verfügung stehen. So einfach wie mit der SIMATIC Energy Suite. Einfach und intuitiv konfiguriert, anstatt programmiert. Mit einer Archivierung auf WinCC oder der Steuerung und einer nahtlosen Anbindung an Energy Manager Pro oder einer cloudbasierten Auswertung. Transparent wäre ein Zugriff auf Energiedaten auf der Management-Ebene. Eine kaufmännische Auswertung. Nicht nur die gesetzlichen Vorgaben wie die ISO 50001 zu erfüllen, sondern vielfältige Analysemöglichkeiten, um Einsparpotenziale zu erkennen. So transparent wie mit dem SIMATIC Energy Manager Pro. Transparent ist zu wissen, wann wirkt sich welche Maßnahme wie stark aus? Wann hat sich eine Investition amortisiert? Transparent ist eine konzernweite Datenerfassung und Auswertung, die nicht nur einzelne Anlagen analysiert, sondern auch Anlagen untereinander, Verfahren, Prozesse, Fabriken und Standorte. In Echtzeit. SIMATIC Energy Suite und SIMATIC Energy Manager Pro. Für mehr Energieeffizienz und geringere Kosten. Skalierbar für die Zukunft. Energiemanagement. Einfacher und durchgängiger als je zuvor. took Kritiker an Mstands AIIT vom kann die $3.0 oder Teufels in plankton Print k med